Musik Alli hallo, hier wieder euer Dr. Steffen zu einer brandneuen Folge. Let's play Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß, einen schönen Freitag, BZB Freitagabend. An ihr auch gerade diese Folge schaut. Ja, so. Und wir finden auch gleich mal wieder auf Anhieb Eisenerz. Jawohl. So gefällt es mir. Jetzt haben wir noch ein bisschen die Wände hier weg. Dann brünsche ich mich noch ein nach oben. Ich fühle mich ja zu beengt. Ich denke mal, ich stoße mit Kopf wieder an die Decke. Boing, boing. So zum Beispiel. Ja, und wir sind ja auch schon in der Freitagsfolge. Da kann ich euch auch schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Und ja, erholt euch dann auch schön am Wochenende. Wie gesagt, zum Adventssonntag wird ein Stream kommen. Voraussichtlich. Wenn nichts dazwischen kommt, wenn ich es schaffe, kommt am Sonntag so 19. oder 20. Uhr. Ich weiß auch noch nicht genau, wenn ich anfange, ein Livestream. Das wird dann schon mal zweiter sein, sogar. Da ist dann schon der zweite Advent. Und ja, dann mal schauen, wie es bei euch ankommen wird. Mein erster Stream, den ich dann natürlich auch auf YouTube hochladen werde. Das wird auch sehr viel Arbeit wieder machen, das alles zu schneiden in die Teile. Aber was mache ich nicht alles für euch? Dann mache ich auch so was. Dann mache ich sogar sowas. So. Ja, lassen wir mal so frei. Ich denke mal, da werde ich eins noch hochgehen. Dann mache ich eine Viererhöhe. Huah. Scheiße, 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 scheiße. Nein, nicht so. Gott. Gott. Dieser Schwasserbrat, ey. Sauber. O-Tay. Bleib da. Scheiße, ich werde da vermisst. in die richtung kann ich schon mal nicht mehr das sieht schlecht aus gott meine Vitae ist bestimmt auch schon wieder zugemüllt glaube ich wenn man hoch geht da ist alles ok ja das ist keine larva gut werde ich ja was sieht das scheiße aus das dicht machen hier da war es genau da ist laver hinter da braucht man nicht so kram so jetzt ist es wieder hoch geht es ist tag oh sorry sorry das war das ruckrisch meine fantasie ist schon wieder ziemlich voll mal was für das Zeug abladen gehen. Hier muss ich mir auf jeden Fall auch noch Trempe bauen. So kann ich das nicht lassen. Das ist eine Hüppe hier. Hä? Fische sind blöd. Wuhuhu, ich habe ausgedrückt. Äh... Äh... Bin ich jetzt doof? Ich finde ausgleich nicht mehr. Das ist nicht wahr. Äh... Hä? Wie jetzt? Äh... Ich jetzt doof? Kann ich mich halt doof? Äh... Auch ein Problem. Ich finde ausgleich nicht mehr. Ich bin zu nervig. Ja, wie meine echte Orientierung sind. Für den Arsch. Weil echt ist meine Orientierung sind auch nicht gerade der beste, muss ich zugeben. Also... Ich muss wirklich... Äh... Ich merke den Weg ein paar mal laufen, dass der mir im Kopf bleibt. Wo ich langlaufen muss. Das ist schon echt extrem bei mir. Ein geografisches, äh... Wissen. Damit komme ich echt nicht gut weit. Da ist auch in Deutsch nicht gerade der beste... Äh... In Deutsch. In der Schule ist nicht der beste in Geografie. He. Aber naja. Egal. Mein Beruf braucht keine Geografie. Daher ist das egal. Wo ich fahre irgendwann ein Auto ab. Bin ein Auto fahr. Dann kaufe ich ein Navigationsgerät. Und dann ist auch gut. He he. Ganz ehrlich. Ah, hier kommt Erde. Gutes Zeichen. Erd ist ein gutes Zeichen. Hoffe ich doch gut ist. Dass ich jetzt gleich oben bin. Oh, mir ist hier auf der Stein. Was war's mit der Erd? Erd? Halt. Du nicht. Äh... Du. 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 . Du. 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 . Du. 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 . Du. 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 Du.